Bevor Sie den Film Exile Family Movie im Kino sehen können, möchte ich Sie auf einige Dinge vorbereiten. Die folgenden Bilder werden Sie am häufigsten zu sehen bekommen. Es gibt Dinge, die in diesem Film nicht gesagt werden können. Es gibt einige fast echte Österreicherinnen. Es gibt Iraner, die jetzt Amerikaner sind. Und es gibt in diesem Film auch echte und falsche Moslems. Sie alle gehören zu einer Familie, die 20 Jahre voneinander getrennt war und sich in Mekka heimlich wieder trifft. Ich bin einfach urwütend geworden, dass sie glauben, dass sie mit ihren Gebeten irgendwas erreichen können. Wenn Sie sich ein Herz anwesendet haben, dann sind Sie das gut. Wenn Sie sich ein Herz anwesendet haben, dann können Sie sich das nicht anwesendet haben. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.